Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zu Staxel. Heute mal wieder mit der Salome Noir. Hallo. Ja, ich hoffe halt, dass ich das jetzt mal hochlädt. Wenn nicht, habe ich Pech, dann geht es immer noch nicht. Weil das Problem mittlerweile bei mir ist, dass die Browser eigentlich funktionieren, aber durch das schlechte Wetter jetzt halt ja nicht ganz ausfallen, sondern halt, dass immer mal wieder so ein, zwei Minuten die Browser abstürzen und dann stürzt natürlich der Upload mit ab. Und ja, dementsprechend muss ich dann immer wieder neu anfangen und dementsprechend kriege ich dann natürlich die Videos nie hochgeladen. Deswegen war meine Motivation aufzunehmen leider ein bisschen kaputt oder ist ein bisschen kaputt. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock, aktuell großartig aufzunehmen, weil halt ständig die Uploads irgendwie abbrechen und sich weghauen und irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr. Aber wir versuchen es jetzt mal. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Ja. Ich habe auch die Tassen drückt. Ja, ich finde das auch gut. So, dann gibt es von meiner Seite auch eine Neuigkeit. Ich habe einen zweiten Monitor jetzt dazu gekauft. Das heißt, ich kann jetzt die Spiele endlich wieder im Vollbild spielen mit schöner großer Auflösung. Und ich hoffe, man sieht dann auch bei Horrorspielen und ähnliches, glaube ich, dann auch die Cam ein bisschen besser, weil ich glaube, das war immer ziemlich verpixelt. Schön, wie bei mir. Und ja, ich bin gespannt, ob das dann was wird. So, also herzlich willkommen bei Staxel nach einer ganzen Weile. Jetzt endlich mal wieder. Funktioniert jetzt, wie ihr seht, bei mir auch ganz gut. Das war zu Beginn, beziehungsweise bei der, in Anführungsstrichen, Staffel 2, hatte ich ja nur das Hauptmenü im Hintergrund. Jetzt funktioniert es und es gab viele Neuigkeiten und viele Änderungen. Zum Beispiel, dass man diese dumme Kuh, die irgendwie keiner leiden kann, also nicht du, sondern die da drüben, dass man jetzt das Gequatsche irgendwie überspringen kann. Und sie will mal wieder nichts von mir. Ich glaube, die hat wieder dich im Visier. Überspringen drücken, um aufzustehen. Guck. Hallo, wen haben wir denn hier? Ja, mich. Da haben wir nur ein YouTube-German. Ich, was? Ja. Ich habe noch nie einen Namen gesehen, der mit Klammern ist aber egal. Allersehen, scheint nicht so, als wärst du auf meiner Liste. Dann gehe ich halt wieder. Du bist ein Freund, dass du meinen Fahmsitz hast. Ja. Willkommen dort. Ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt. Punkt, Punkt, Punkt. Noch hier? Dann könnte ich dir eigentlich ein kleines Bekommenspaket geben. Kriegst du wieder alles an den Kopf geschmissen? Aber sag bloß nicht weiter. Ey, ich habe was bekommen von der. Ey, ich habe was bekommen von der. Ey, ich habe was bekommen von der. Fertig? Dann geh mal raus, dass ich mit der quatschen kann. Ja, schon. Weil das die, das die dich, ich hatte dich immer noch. Du musst weiter weg. Oh, voll die Zombies hier. Oh mein Gott, ein Zombie-Aphokalypse. Ah, jetzt darf ich. Ein neues Gesicht, das sieht man hier selten. Du musst Sirakomori sein. Im Namen aller Einwohner auch in Staxel. Willkommen. Ich bin übrigens Pamphan. Kennen wir ja schon. Ich wurde geschickt, um dir den Einstieg zu erleichtern. Stimmt das? Du willst die alte Farm übernehmen? Nö. Hervorragend, dachte ich's mir doch. Du bist also bereit, etwas über das Farm zu lernen. Ich kann dir gerne das Dorf zeigen und deine Fähigkeit beurteilen. Wir müssen ja sicher gehen, dass du weißt, was du tust. Dann bekommst du eine Farm-Lizenz. Okay? Ich besitze bereits eine Farm-Lizenz. Oh, wirklich? Das lässt hoffen. Du wirst eine örtliche Lizenz brauchen. Aber wie ich sehe, hast du bereits ein Registrierungsformular für die Farm vorbereitet. Vergiss nicht, Max im Rathaus einen Besuch abzustellen. Hieß der nicht mal Maximilian? Haben sie ihn jetzt umgetauft? Wahrscheinlich wegen Kronk. Das kann gut sein, ja. Es wartet immer noch eine Scheune darauf, dass sie gebaut wird. Immer noch, ja. Oh, genau. Ich hab auch ein Haustier für dich. Welches möchtest du? Ich will eine Katze. Ich will immer eine Katze. Gießkanne, Hammer, Namensformular. Bitte sehr, viel Erfolg mit deiner Farm. Ciao. Juhu. Oh, ist das geil. Das überspringen zu können, ey. Ohne Witz. Es gibt jetzt auch ein Frühlingsfest. Ganz sozielt hab ich gesehen, mit Elfen, glaube ich. Genau, ja. Wohne irgendwelche bösen Elfen. Ey, warte mal stehen, du Blöde Fu. Okay, ich kann mir da nicht mehr blauern. Ah, jetzt so. Wer passt dann auf die Farm auf. Und du kannst jetzt auch rennen, wenn du zweimal schnell hintereinander, äh, äh, ja, die, die vorwärts-Taste drückst. Kannst du schneller laufen. So, äh, ich, äh, ich muss erst mal... Wo ist denn unsere, unsere Bude? Die, ich muss jetzt erst mal so... Wo ist es denn? Ah, hier. Ich seh dich nicht. Oh mein Gott. Ich dich auch nicht? Oh mein Gott. Oh mein doppeltes Gott. Hä? Ja, ich bin drin. Such mich. Bei Rio? Ah. Oh. Da. Da drück, da hinten. Wenn du mich doppelt drückst, sieht's anders wie zocken. Hä? Weil wenn du doppelt, äh, doppelt, äh, weh, blablabla. Ja, wenn du zweimal schnell hintereinander wehdrückst, so wie's beim Minecraft auch ist. Juhu, und es sieht wieder genauso aus wie, ja, vor... Ich würd sagen, den Teil des Zauns hier, also der hier. Das weg. Das alles wegmachen. Genau, und das einfach erweitern hier. Ja. So ab hier so... Genau, so mach ich das auch immer. So, ein Hammer. Gut, ich fang schon mal an. Ich hab keinen Hammer bekommen. Oh, das tut mir aber leid. Ja, dann kauf dir einen. Das ist so wenig Kohle. Ja, das ist nicht mein Problem. Doch, ich bin ja mitbewohnt, du musst mich versorgen. Ja, normalerweise, einige erwarten wahrscheinlich jetzt The Forest oder so'n Zeugs, ne? Aber... Wahrscheinlich. Da haben wir jetzt nicht so Lust drauf. Es geht. Es geht. Es wird aber irgendwann wiederkommen. Ja, das sowieso. So, ich glaub, du hast, ich glaub, du hast, glaub ich, auch gehostet, ne? Oder? War ich da hostet? Ich, ich glaube schon. Hab nicht du was, oder? Nein, ich glaub, du warst nicht. Schön. Weil ich glaub, ich bin doch da mal unter die Welt gefallen und hab mich doch da neu eingeloggt. Und das wäre, glaub ich, nicht gegangen, wenn, ähm, ja, ich da host gewesen wäre, weil dann wärst du ja auch mit rausgeflogen. Oh, da war was. Vergesst das gerne mal. So, erst mal hier aufräumen. Wort jeden. Aufräumen. Also die interessanteste Frage überhaupt? Ja, die interessanteste Frage überhaupt, ähm, keine. Weil dein Mikro war gerade weg. Folge. Nicht Frage. Ach so, Folge. Ach so. Ich hab jetzt verstanden, ich hab, ich hab verstanden, die interessanteste Frage überhaupt. Nein, Folge überhaupt. Frage, Folge. Ach ja, ähm, ich, ich muss erst mal hier, warte mal, ich muss erst mal. Oh, hier ist er schon freigeräumt, sehr gut. Da kann ich nämlich hier. Ja, ich bin schon fleißig dabei. Äh, da kann ich nämlich hier dann, ach, da ist er ja schon. Äh, da, 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 da. Glaube ich hab lieber, ich hab leider einen Hund. Minzi. Ich hab einen Hund bekommen. Loki. Guck mal, der ist geschminkt. Ja, das ist kein, das wird kein Loki. Ich verarsche. Oh, was ist das gegen Loki? Ah, hoch. Wie gefällt der Name Loki? Näh, da muss ich immer an diesen, an diesen komischen Gott denken. Ja, deswegen fützt mir. Ach. Ich mag Loki. Äh. Oh, stimmt, ich muss ja auch noch. Ja, und letztlich hat man einen Hund dazu, weil, wie gesagt, ich kann keine Cups kriegen. Wurdest du, wurdest du nicht gefragt, was du willst? Nein. Das ist doof. Guck mal, ich hab Lady. Wow. Und Devil May Cry. Die ist ein Hund geworden. Ja. Kommt vor, ne? Ey, jetzt weiß ich, ey, ausfahresteig verschiedene Augenfarben. Kommt vor. Ich bin mal eben in der Stadt, ich muss mein Registrierungsschreiben noch abgeben. Dann registrier dich mal. Es gibt jetzt übrigens auch einen Besen. Ja, ich weiß auch nicht, was der sein soll. Damit du Hockey spielen kannst und die Sachen auf den Boden verschieben kannst. Also, wenn du so getroppt hast. Wo ist denn... Ja. Geht nochmal aus dem Weg. Ich muss hier vorbei. Kannst du noch Kierfütter holen oder hast du kein Geld mehr dafür? Ich hab nur 100. Oh. Dann hol ich gleich. Wo ist er denn, Maximilian? Maximilian. Ah, da ist er. Da heißt nicht mehr Maximilian, da heißt es noch Max. Doch, hier heißt er noch Maximilian. Aber die heißt, die hat die... Tussi hat ja nur Max genannt. Das ist jetzt nicht neue Freundin, so auch wie der bei der war. So, Holz, Schaufel. Das war's. Ja, wir müssen noch... Entschuldigung, dass man jetzt von mir... Ja, entschuldigt, dass ich hier gerade das Gequatsche vorspule. Aber das ist eigentlich das gleiche wie in der ersten Staffel auch, dass ich zu Aliza muss mit wenn du das irgendwann mal hörst. Wir werden irgendwann auch wieder zusammen spielen, das verspreche ich dir. Aber während einer Aufnahme werde ich dir nicht... Ich wusste, dass der das ist. Der hat eh schon... Der hat mich irgendwie vor einer Weile auch schon gefragt, Oh, weil ich will ja Staxel spielen. Ich... 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 Ich hab irgendwie nicht wirklich Lust. In der Verbindung mit ihm Staxel zu spielen. Es tut mir leid, lieber Blonky, wenn du das hier guckst, aber... Da sei das selber schuld. Ich sag nur... WoW. Dieser Super-GAU damals. Da hab ich kribbel die Nase. Hm? Ich kribbel die Nase. Was, dir juckt die Nase? Ja. Das ist ja so schlimm. Gut, ich kenne Kämmern. Das ist bei mir aber auch... Jetzt juckt sie bei mir auch. Dankeschön. Das ist... Es ist aber verrückt, immer wenn die... Irgendwie die Aufnahme ist oder so, dann juckt immer die Nase. Ja, das ist schlimm. Das ist nicht jucken, das ist kribbeln. Das ist dieses... Zwischen niesen und nicht niesen müssen. Okay, das hab ich nicht. Mir hat so ein... Bei mir juckt's einfach immer nur die Nase. Das ist... Das ist... Das ist so scheiße einfach. Sobald ich irgendwie die Aufnahme... Eine Aufnahme starte. Meistens dann auch noch, wenn ich dabei die Cam anhab, da sind die immer da irgendwie... Irgendwie 90% der ganzen Folge und juckt mir immer nur die Nase. Ja, wenn du gerne wollen würdest, aber kannst nicht. Ja, so schlimm. So, ich pflanze dann mal... Ich pflanze dann mal den ersten Rotz an, ne? Ich hab ein paar Samen gekriegt. Auch. Aber du... Wenn sie dann immer ausatmet, mal kurz vor... So ein... Nein, ne? Und der Eselgesicht auf da hast. Oh, hier ist ein Fossil. So halb zugekifft. Ja. Hier ist ein Fossil. Ja. Fossil. Ich will das Fossil haben. Ein Fossil. Das musst du mit der Spitzhacke abbauen. Ich weiß. Ich suche die Schraube. Ich glaub, du hast gar keine gekriegt. Doch. Ich hab' nicht gekauft. Achso, du hast gekauft. Ja. Hab' ich auch. Ich musste alles kaufen. Äh, wir haben in unserem Häuschen doch... ... einen Schrank... ... äh, ein Regal drin stehen. Ich muss da mal ein bisschen... Wir haben ein Regal. Ich muss doch mal ein bisschen Scheiß reinlegen. Zum Beispiel die Blütenblätter, die man nicht mehr verkaufen kann. Bunten kannst du verkaufen, nur die grünen nicht. Ähm, ich... Die bunten konnte ich auch nicht verkaufen. Da hieß es nur, da... Da hieß es nur, da... Da hieß es bei mir immer nur, der Preis ist zu niedrig. Ich konnte sie verkaufen. Wie blöd ist das denn? So, die Eichel, wenn jetzt auch brav gebunkert, für Dünger. Da hab' ich ein bisschen Holz. Das steht... Jetzt wird dann zum Spät und das Problem ist, können wir eigentlich zusammen in einem Bett schlafen oder müssen wir jetzt ein größeres Bett kaufen. Ich glaube, wir müssen ein größeres Bett kaufen. Da haben wir noch ein paar davon. Das kann man alles verscherbeln. Genauso wie das. Und wie das. Das war gestern in der Liveaufnahme schlimm gewesen. Hab' ich auch die Nase so gekribbelt. Oh ja, hör bloß auf. Miri juckt schon wieder die Nase, ey. Das ist ja die Flöhe in der Nase. Nein, wer weiß, das ist ja die Nasenflöhe. Nö. Nö. Das ist ja die neue Spezies. Nö. Ich hab' Nö. Oh mein Gott, sie hat eine Krankheit, die keiner kennt. Wir müssen sie ausrotten. Wer die Krankheit oder die selber? Beides. Ja, sicher. So, erstmal hier die Bude aufräumen. Wir kriegen hier immer irgendwie die letzte... Die letzte Baracke kriegen wir hier irgendwie immer ab. War das schon immer so? Du kannst jetzt sogar das Waschbecken benutzen. Echt? Ja. Das war auch nicht schon immer so. Aufs Klo konntest du früher auch schon, das weiß ich noch. Aber du kannst jetzt auch das Waschbecken. Das Waschbecken vor allem. Waschbecken? Das Waschbecken. Dann benutzt man das Waschbecken. Kannst du benutzen. Haben wir denn hier vielleicht irgendwo ein Häuschen? So ein kleines Häuschen noch? Das letzte Mal hatten wir auch so ein schönes extra Häuschen hinter unserer... Ja, das ist eben dran, dass das Stückchen da. Das müssen wir fertig bauen. Nein, nein, nicht das. Da war doch hinten dran, war da bei uns, wo wir zum ersten Mal aufgenommen haben, da hatten wir doch hinten dran ein komplettes Häuschen mit Ofen und Bett. Eigentlich habe ich bis jetzt noch keins gesehen, aber man kann ja mal gucken, ob wir irgendwann eins finden. Aber ich würde da hinten jetzt kein extra Häuschen bauen. Bei Gelegenheit kaufen wir uns einfach ein Doppelbettengutes. Und solange pennen wir halt auf der Straße. Ich bin umgekippt einfach. Ich auch. Oh, ich habe ein Zeichen oben gehabt, kurz. Es kann sein, dass das vielleicht so ein Speicherding oder sowas ist. Hä? Bist du? Es ist irgendwie hinter dir. Ah. Es ist irgendwie immer noch dunkel. Vielleicht haben sie es jetzt entfernt, dass du das irgendwie nach außen schlafen kannst? Ich habe keine Ahnung. Im normalen Spielmodus war es eigentlich jetzt immer morgen gewesen. Merkwürdig, merkwürdig. Oder ist das jetzt nur im Multiplayer, dass du zusammen schlafen musst, um die Nacht weiter zu machen? Ich habe keine Ahnung. Das ist mir jedenfalls gerade neu. Ich gehe mal gucken, was so ein Bett kostet. Ich glaube, da sind es noch. Ein Bett. Bin ich überhaupt hier richtig bei Betten? Oder muss ich bei Möbeln zu Aliza? Ah, nee. Ich denke mal, ich bin hier. Oder auch nicht. Doch hier, Doppelbett. Oh, 400 kostet das sogar nur. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie viel... Mir fällt gerade an, dass ich gar nicht sehe, wie viele Minuten wir schon aufnehmen. Aber ich, 16 Minuten haben wir es jetzt. 60 Minuten? Sagen nicht. Ach. Ich habe 600 Blütenblätter gekriegt. Da kann ich gerade ein Bett kaufen. Yay, ein Bett. So, Dankeschön. Einfaches, rotes Doppelbett. Ist ja egal, Hauptsache einfach ein Doppelbett. Aber das ist irgendwie... Irgendwie finde ich das cool, dass du die Nächte durchkommst. Ja, das finde ich praktisch eigentlich, weil wir sind so welche, die immer so durchmachen. Ich glaube, ich habe mich gerade verlaufen. Ja, du hast vergessen, was zu kaufen. Was? Was für ein Ding. Guter Netzer. Oh. Okay. So, einmal Wupp. Und... So, Doppelbett steht... Ja. Lauf. Dann ist die Folge, das war 60 Minuten, dann nur... Ja, aufräumen. Ja, was erwartet man dann bitte? Ja, ist auch... Ja, keine Ahnung. Was erwartet man dann bitte zu Beginn? Ich meine, es ist alles... Es ist alles dreckig, es ist alles vollkommen. Das muss erst mal aufgeräumt werden. Ja, hier kann die Ballen... Zombies. Mich? Oder wollen wir noch... Ach ja, genau. Ich habe ja hier auch noch die ganzen Steine. Nicht verstanden. Ja, ich muss erst mal meine Taschen hier leer räumen. Da kann ich mal gucken, ob ich welche finde. So, das meiste, Unkorn habe ich jetzt weggegeben. So, Taschen sind wieder freigeräumt. Jetzt schaue ich mal nach Futternäpfeln. Ich kann auch gehen, gucken gehen, ich muss eh verkaufen. 100 pro Napf, Alter. Ja, dann hole ich es. Ich habe schon. So, ich habe jetzt noch zweimal... Also, ich habe jetzt kein Geld mehr. Ich habe jetzt zweimal Näpfe und zweimal Futter gekauft. Ich habe 66 Samen. Ja, dann pflanz. Darüber. Ich drücke immer den falschen Knopf. Da, wo ich angefangen habe hin zu pflanzen. So, ein Näpfle, zwei Näpfle. Jetzt gehen wir doch mal da aus dem Weg. So, bitteschön. Dankeschön. Was muss ich hier vermissen? Hm. Wir müssen hier, äh... Sprinkelanlage. Gibt es doch mittlerweile. War als riesen teuer. Ja, klar sind sie teuer, aber irgendwann hat man die Kohle. Ja, wir sowieso noch. Ja, klar. Also, das Wichtigste, was wir wahrscheinlich erstmal kaufen müssten, wäre so ein Samendingens. Ja. Das ist das, was wir erst am... Was das Wichtigste jetzt erstmal ist, dass wir uns so eine Samenmaschine einfach kaufen. So eine Samenbank fürs Feld, weißt du? Genau. Wollte ich gerade sagen. Ach, so. Samenbank. Bei denen gibt es ja mittlerweile auch Kaffeebohnen. Du hast es mal gesehen. Ja, kenn ich auch schon. Ich habe es ja mal ein Bichle angetestet. Ja. Und hatte auch schon Kaffeebohnen. Sehr viele. Also die gibt es scheinbar sehr, 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 sehr häufig. Diese Kaffeebohnen. Jedes Böhnchen gibt ein Töhnchen. Ja, aber keine Kaffeebohnen. Die jetzt nicht. Voll muss. Ach, ich habe vergessen, mir ein Dings zu kommen. Dann gibt es keine Säte. Ich glaube. Ich habe schon gegossen. Ja, du musst ja auch noch diesen. Ich habe noch ein bisschen mehr. So. Schon nicht fertig. Aber die Folge ist fertig. Es macht länger als 20 Minuten. Moment. Gleich. Ich flotte dieses eine Fels. Dann können wir. Ich habe dieses eine Fels. Moment. 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 Ich räume dabei. Ich räume dabei noch ein bisschen weiter auf. Wir können jetzt. Gut. Dann würde ich sagen, dann war es das für die erste Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten. Also macht es gut. Tschüss. Tschüss.